Kapitän! Go an Bord! Yo, der Käpt'n ist an Bord und jetzt geht's hier los. Unsere neue Folge Reichsbörger-Satire. Servus, ihr Atzen. Heute zeige ich euch ein Bild über Verwechslungsgefahr. Links ist Johnny Depp, rechts ist der Reichsdepp. Und wenn es euch gefällt, dann bleibt dran. Wir sehen uns. Never change a running systemling heißt es doch. Und da die letzte Reichsbörger-Satire so gut angekommen ist, gibt es deswegen für alle, die am 10.8. ihre Portion aufgegessen haben, einen Nachschlag. Die Aufbereitung ist eine andere, aber die Zutaten sind dieselben. Man soll ja jedem eine zweite Chance geben und deswegen gebe ich diese den Zielscheiben meines letzten Videos auch. Eine zweite Chance, sich zu löschen. Genau zwei negative Kommentare habe ich unter der Reichsbürger-Satire Folge 15 gefunden. Einer von irgend so einem cleveren Smart-Typen und einer von Rüdi persönlich. Ihr wisst, wen ich meine, ne? Rüdiger Hoffmann, Rüdigolf, den wohl erfolglosesten Revolutionär der Nacheiszeit, der dafür aber der bekannteste Reichsdepp der BRD ist. Er sagte, Bundesbürger schwafelt über imaginäre Reichsbürger. Einer meiner Zuschauer meinte daraufhin an, dass Rüdi sauer sein könnte, nicht als erster von mir durch das maximal pigmentierte Milchgetränk gezogen worden zu sein. Deswegen, Rüdi, du hattest somit das allererste Wort in meiner neuen Reichsbürger-Satire Folge 16. In der Hoffnung, du findest jetzt ein paar nettere Worte für mich. Und du hast es gleich wieder. Fonk auf. Der! Das ist der Kapitän! Was ist das, Rüdi? Man merkt schon, dass du krampfhaft einen Ersatz für Helmut suchst. Es sieht fast so aus, als sei das, dass ihr die Castingshow Deutsches Reich sucht den neuen Wackeldackel. Vielleicht solltest du da aber eher mal nach Mallorca fliegen und nach der Playa gucken, denn da soll es laut hören sagen, ganz viele Helmuts geben. Falls du jetzt natürlich wirklich deine sexuellen Vorlieben geändert haben solltest und anstatt auf alte Bies mit Schnauzer jetzt auf stramme Kerle in Uniform stehst, dann müssen wir das natürlich respektieren. Sag Bescheid, wenn ich mal zugucken darf. Im Übrigen finde ich es echt erstaunlich, wie gut ein C&A-Anzug zur Geltung kommt, wenn man sich die entsprechende Kappe dazu aufsetzt. Vielleicht gibt es bei Primark auch noch eine Sonnenbrille dazu. Vor allem aber, wie kommt man an Leute, die diese Verkleidung bereitwillig auf einer Reichsbürger-Demo tragen und sich vor über 1000 Zuschauern auf YouTube zum Affen machen? Habt ihr in NRW die ganzen Karnevalsvereine abgeklappert oder habt ihr bloß dieselben Headunter wie RTL2? Erzählt mir das mal. Der nächste Kandidat, bitte. Muschel, tuschel, tuschel, ne? Warte mal, ich habe einen Vertrag, komm mal mit. Ja, lass das, es geht dir nichts an. Machen wir in Paris klar, ne? Alles klar, okay. So. Ja, jetzt, wo der große Rüdi mit dir spricht, da fühlt sich das erste Mal in deinem Leben erwachsen und ernst genommen, wa? Sodass du das gelbe Quietsche-Entchen, was du in den Händen hältst, auch wieder zurückstellen kannst. Ja, trau dich, auch wenn es dein einziger Freund ist. Na, die Hände hältst du aber so verschränkt, als hättest du es wieder mitgenommen, ne? Du Schlinge. Kommen wir zum Gesagten. Machen wir Paris klar, genau. Also, wenn ihr damit die Hilton-Tochter meinen würdet, hättet ihr beiden da wohl nicht den Hauch einer Chance. Mit der Ische, die neben dir steht, das bist du schon gut bedient. Ach, ihr meint die Stadt Paris. Ja, okay, ich vergaß, dass es im Euro-Design auch ein Piratenschiff gibt. Vielleicht heuert ihr euch ja an und ihr könnt an den Zuschauern winken. Rüdi, aber mal eine Frage. Was soll überhaupt dieser lächerliche Seeräuberaufzug? Auch wenn man zwar anerkennen muss, dass du tatsächlich mal gebranntschatzt hast, also siehe Flüchtlingsheim, und du damit neben Gerwald Klaus Brunner einer der gewalttäglichsten Piraten der deutschen Jetztzeit bist, du als Seeräuber würdest kläglich auf dem Boden des Mittelmeeres verenden, irgendwo zwischen Flüchtlingen und Identitären. Oder auf den Grund des Dümmersees zwischen Nazis, die beim Saufen ertrunken sind. Der Fluch der Mecklenburger Seenplatte wäre vielleicht ein geeigneter Filmtitel für euch. Errol Flynn würde sich im Grabe nicht nur umdrehen, sondern komplett aus ihm hinaussteigen, wenn er nur hören würde, dass ein Schiffsjunge wie du es wagt, sich im selben Filmgenre wie er aufzuhalten. Ja, Rüdigolf der Irre, in der Sonderschule schon zum Sonderling erzogen, ist schon ein Phänomen. Und ein Running Gag sind seine Englischkenntnisse. Weil es gibt das Fair-Use-Recht. Das Fair-Use nennt sich das. Fair-Use, ne? Fair-Use? Na, Use auf Englisch. Use. Ja, ich spreche diese Sprache nicht. Das weiß ich. So, brauche ich auch nicht sprechen. So, Fair-Use. User. Fair, du meinst Fair-User. Ja, Fair-Use. Fair-Use. Fair-Use und Fair-User. Ja, ja, ist aber verstanden worden. Immer wieder schön, ja. Und während Rüdigolf Goldschätze im Dümmer See versenkt, hat es ein anderer Irrer doch bis ans andere Ende der Eurasischen Platte geschafft und versenkt dort Wissen und Vernunft in den unendlichen Weiten des esoterischen Äthers. Thomas Weid ist der Erfinder des Weitwinkelobjektives, des Weitsprungs und des Weitzinnbieres. Selber behauptet er auch, den Weitblick erfunden zu haben, doch da streite ich ganz energisch ab. Sein Kanal heißt SchöpferwissenTV. Schöpferwissen ist zwar auch, dass man mit der Kelle ganz tief in die Suppe rein muss. Schöpferwissen sind aber auch die beiden Kultesoteriker aus dem Fernosten. Wer gerade in Bangkok ist, der kann sich neben Tempelbesichtigung und dem guten Fick seit Neuestem auch mal eben entprogrammieren lassen. Die Entprogrammierung ist eine Gehirnwäsche, die auch die großen Windungen entfernt. Ein Rückbildungskurs auch für Männer quasi. Nun gut, bei denen, bei denen er es versucht, ist nicht allzu viel installiert. Aber dennoch macht es ihm sehr viel Arbeit. Seine Videos haben meist Namen wie Einer allein oder Willkommen im Paradies, wo man sich nur denkt so, oh Mann ey. Nur in einem seiner Videos hatte ich gedacht, boah, der Name, der macht mich zuversichtlich. Es hieß, und er verschwand so, wie er gekommen war. Ich hab's mir angeguckt, doch leider wurde ich enttäuscht. Thomas Weit verschwindet nicht etwa, er macht weiter. Und wir müssen uns damit abfinden, dass der Heiland nun wohl in Thailand lebt. Wie Jesus ist auch Thomas Weit nach drei Tagen wieder auferstanden. Die drei Tage war er zwar nicht tot, sondern im Drogenrausch, aber egal. Und auch Thomas Weit hat jünger. Also rein vom Aussehen her sind wohl die meisten Menschen jünger als er. Aber er hat auch Anhänger und Propheten. Einer von denen wird sicher noch ein Evangelium über ihn schreiben. Fälschlicherweise hatte ich in der letzten Satire vermutet, dass Thomas und Julia keine Kunden hätten. Doch als hätten sie das mitbekommen, sprossen danach die Erfahrungsberichte wie Eiterpickel aus Thomas Haut. Guckt es euch selber ein, es ist eigentlich jedes Video sehenswert. So, und ich halte mich mal kurz, ich verabschiede mich für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, macht's gut, ciao.